Kibi. Ach so, die kleinen Vögelchen. Oh, die sind lecker. Oh, hier kann ich Simitrop spielen. Da ist die Maus. Verteidigung. Da hast du früher May. Nee, warum? Komm, tust einfach. Nein, lass sie doch, die musst du gerade schon May spielen. Da ist mir egal. Du kannst danach sofort bewechseln. Ich will nur eine Aktion haben. Fangt mir morgen, folgt mir dann einfach. Folgt mir. Und dann machen wir eine coole Aktion. Ach, ich mach die Eiswand und ihr stellt euch dahinter, oder was? Hallo! Im Verkassungs-Ei. Ich zeig's dir dann, wo's bar. Ja, ich lauf einfach Eis. Ganz vorne zur Base. Am besten wir sind zweimal Bash. Dann sind sie einfach, wenn sie kalt macht. Bisch bereit? Bisch kalt? Bisch bereit? Ja, Junge. Ja, wo soll ich die Wangen hin tun? Noch nicht hier weiter, weiter, weiter. Direkt vor deren Base, oder was? Ach, willst du, willst du die? Da, dem Auto. An dem Auto? Ach so, hier, jetzt? Nein. Du musst du den mit hinterher. Warte, warte, warte auf. Fang ihn mal. Wo seid ihr denn? Hier hinten. Da in der Base. Ja, ich komm hin. Hier ist ein Auto. Und da soll ich jetzt was machen? Und es hochbusten. Und es hochbusten. Und es hochbusten. Dann. Hier haben wir einen Reinhardt. Mach, mach. Ja, ich mach's doch! Bah! Ja, egal. Ich kann das nicht, unter das Auto geht's nicht. Das haben die gedingst. Also... Nein, das haben sie nicht. Ich hab das heute vorgemacht. Vor 20 Minuten. Nein, vor zwei Stunden. Okay, ich geh jetzt zurück. Egal, jetzt kannst du wieder Wetter springen. Ich wollte nur eine coole Aktion machen. Ja, cool! Aha! Einmal, wenn du die Wand stellst, als Bauer! Drehst du sie nicht! Die Anna zerstört meine Turrets. Oh, je. Wir haben eine Anna. Hol' ich. Wir haben den Genshin. Ah, ja. Ich bin so gut wie toll. Bist du nicht schon toll? What? Weg nicht, du kleine... Oh! Ja, jetzt bin ich tot. Du kleine Made. Du, 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 du. Diese kleine Made. Double kill. Diese kleine Made. Double kill. Ach, die Ganjis machen ja richtig zur Arbeit, ja. Tracer ist durch, auf der anderen Seite. Katze, mal hier auf ihrer Seite. Oh, komm ich. Da, komm mal runter. Hier ist ein Genji. Okay, da gibt's die Nähe. Oder? Warte, warte. Komm, wir machen mal hier. Bara machen. Bara ist das Mädchen für alles. Wände setzen, die nicht funktionieren. Schade eigentlich. Das war lustig gewesen. Ja, das tut mir leid. Das hab ich ja... ne, ne, das hab ich auch... das wusste ich auch noch nicht. Das wird unsere Effizienz... Das wird unsere Effizienz... Und vielleicht der Tank noch bei mir. Mein Teleporter-Panier. Nein! Scheiße! Anna, nooo! Ich hätte grad meinen Teleporter gestellt. Alter, scheiße, ey. Die sind jetzt zu viert auf dem Punkt. Jetzt hat er auch noch geboostet, die anderen. Ah! Scheiß geboostet der Reinhard, alter. Sonst hatte ich den... ...Hexer-Kick. Müll sind zehn Leute! Feindkontakt am Zielpunkt. Verstärkt unsere Verteidigung. Ja, die sind zu viert da. Ich brauch gar nicht mehr rüberlaufen. Ah, komm. Ah, die hat mir den Genji. Das ist eigentlich scheiße, wenn ich Bershle spiel. Necker. Ach, ich geh einfach nach oben mit. Der kann man ja auch gut snipern. Ich bin Bershle und ich spiel... ... bin cool. Oh ja, darfst du mich auch draufsetzen, ja, ne? Ernsthaft? Alter, Genji ist durch. Der kommt gleich auf den Punkt. Alle zählen auf mich. Oh ja, hier ist er. Nein, ich hab mich festgefahren. Oh, nein. Oh, Mann, dieser Fick ist Genji! Ich bin bald da, Leute. Ich bin fest, Mann. Ah, ich muss mich um andere Sachen kümmern. Ah, kann ich mal einer, ich will mich doch bloß hier... ... instellen. Na? Direct in place. Hallo. Hört auf, meine Turrets zu zerstören, ihr Arsch. Was machst du da gerade? Oh mein Gott, die sind die Dash-Nami. Osprey-Gunner nenne ich sowas. Ach, du brauchst ja noch den Schildbarer. Nice, schön. Du, lass ne Mercy. Mach dem Popo. Tja. Ich hab alles versucht, Leute. Da hat Mercy gerultiert. Schon mal eine Eiswand hochgeklettert? Ah, die haben ne Fuck-Ass-Snipey. Jetzt, hab ich angeschafft. Nein! Wichser! Die kommen alle durch jetzt. Aber haben wir eigentlich einen Teleporter da vorne? Was? Weiß ich, ich hab keine Ahnung. Wie sollen wir einen Teleporter haben? Hammer! Scheiße! Der Teleporter 3-Fach-Kill, das ist doch schon mal was. Das ist easy peasy, gell? AHHHHH! Diese Bitch-Ass-Sniper-Mann. Ist gut. Ja, weißt du was? Nein. Ich mach jetzt doch. Ich hab sie geholt. Ein Schuss, ein Dreck. Mein Teleporter ist online. Mein Teleporter ist online. Wo bist du denn, meine Süße? Ah, jetzt stehst du wieder da oben, aber wenn ich da oben stehe, stehe, gehst du runter, ne? Nein! Wer ich? Ja, du! Hä, warum? Genji. Ich seh ihn noch rein. Ich musste da runter gehen, da war ich. Ich hatte ja Müllchen daran, drei Leute zu gehen. Was sollte ich nicht runter gehen, wenn ich die Chance jetzt hab? Da wieder Ulti. Guck mal, Ulti. Kriegen wir Schilden? Ja, ich versuch doch gerade in Schilden zu gehen. Alter, was machen wir hier? Ich komm mir vor wie bei Unreal Tournament, ey. Alles kaputt schießen. Oh, wer ist man halt für Barry? Das ist schön. Oh ja, aber auch Smallcast. Sie haben zwei Snipers hinten dran stehen, damit ich nicht durchkomme. Ja. Ja, die haben ne, Anna und ne, ne, ne Widow haben sie. Ja, ja, ja. Ja, die sind, eigentlich sind die scheiß dummen, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, es reicht ja schon nicht, zwei Kills. Oh, wow. Das muss ich jetzt überbieten. Na, jetzt steht sie dahinten. Ach, wie wild. Nein! Ach, fuck. Ich hatte... Verdammt. Dafür muss ich auf den Punkt. Fuckin' Ken, Sebastian, aha. Der meint mich. Ja, natürlich meint er dich. Fahrer von oben! Ja. Ach, knapp daneben. Okay, gut. Ja, jetzt kann ich nur noch mal runterkommen. Der Gunshot-Smoke hat mich gekillt. Und warum die Quellen wichsen? Scheiße, ich muss irgendwie den Play of the Game, weil Bastion so skillvoll ist. Das werden unsere Effizienz-Steiger. Ah, scheiß Soldier wollte mich auch facken. Da ist die die Putsche. Die Putsche... Ernsthaft?! Er ist so höflich, der Big Kree. Wieso? Er ist so höflich! Also dann können wir doch... Achso. Ich schlafe. So, ne Pfarrer kommt hier von der Seite! Alter, die... So, Justice rains from above, oder was? Ah, Justice, Vorsicht von hinten, Justice! Gott, ich bin fast down. Ich bin fast down. Nein, es liegt auch noch! Wird gesniped, ey. Scheiße, die Mercy ist so viel tot. Ah, toll. Mercy down. Anna down. Der andere auch gleich down. Down. Irgendwas ist his weakness. Ey. 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 Bitteschön. Haben wir hier ein Schild? Oh, die Pharah kommen wieder von hier. Ich geh die jetzt abfangen. Oh! Nehme ich runter. Ach, die wollte mich töten. Oh, witzig. Oh, witzig. Oh, witzig. Oh, witzig. Hold up now. Wo ist sie denn? Oh mein Gott. Oh, ich hab sie ja verstanden. Weiß. Easy. PC. Die sind noch nicht durch. Die letzten 30 Sekunden können alles noch verändern. Die tun sich alles sammeln und ihre ganzen Ultis reinwerfen. Oh, da könnten sie echt machen. Oder müssen sie trotzdem verlieren. Oh, vorsichtig. Ja. Da kommt ne D-Bahn. Ne D-Bahn. Ja. Ja. Nein! Jetzt laufe ich erst durch Tod. Na toll. Oh, Leute. Jetzt wird's echt hart. Ja, ist es sicher. Ich hab doch gesagt. Die letzten 30 Sekunden. Ja, meine Summe. Nein! Ja, ist schon. Ach, Barra. Oh, fuck hinter mir war nicht scheiß. Geh doch weg. Justice rains from above, boys. Ja. Jetzt ist's vorbei. Kopfsch. Wir müssen noch over-tankern greifen. Ja, okay. Ich hab alle leer. Ich hab alle alle leer. Ich hab alle alle leer. Ich hab das. Ich glaub an euch. Das war's. Ja! Ja! High five! Haben wir's? Ja, wir haben's. Ich hab ein Eis in den Chat gemacht. No funny. Ohhhh. War klar, ne? Was? Der Leon. Der hat einen. Der hat gefordert. Wie macht wir uns dann da hoch? Ah. Das war jetzt dann gerade. Ja. Nein. Schön. Wow, das ist... Ja. Ja, ich komm nochmal um die Ecke. Da war noch nicht mal, oder? Geil. Geil. Cool. Erdschaft. Voll cool. Ich hab da auf jeden Fall verpasst. Das kann ich zum Beispiel nicht hin. Absolut. Was? Ja, sowas hier um... äh... Spielbox. Ne... Torbjörn. Highlight bekommen. Highlight? Uh. Eigentlich doch müsste ich ein Torbjörn spielen. Attac. 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 Tralalalalalalala. Weil ich so heftig bin. Ich bin hier Handsone Attack. Too useful. Und so hast du immer noch. Handsome. Wenn da muss der Handsome sagen. Handsome. Weil das stimmt auch. Wer ist Handsome? Oh, Leon haben wir. Oh. Wir haben aber schon vor. Ja, es kommt von Reaper, komm. OTPs! Olde OTPs, Carly. Hallöchen. Aber, ähm, Leon war schon vor bei uns im Team, Bara. Ja. Ja, du kam auch Leo auf der Game. Ja, ja, ja. Egal. Bara freut sich wenigstens. Wird Teammitglieder. Mhm. Oh, der ist ja lila. Ich bin weiß. Der Schnee fällt. Jede Flocke an ihren... Halt im Maul! Warte, warst du bereit? Jede Flocke? Jede Flocke? Jede Flocke? Jede Flocke? Jede Flocke? Oh, hallo, Husband. Hallo, Husband. Du hast zwei Husband-Symptome. Ihr seid viel zu kalt. Guckt euch das mal an hier, was ihr haltst und hinterlässt. Wir sind ja alte Opas und es ist immer kalt. Jede Flocke? Der geht in 30 Sekunden. Warte. Oh, Mann! Bisschen! Bisschen! Oh, Mann! Du hast... Du hast diesen Pfeil mit deiner... Mit deinen... Jetzt fett's auf mich rumzuschieben. Du hast diesen Pfeil mit deinen... Mit deiner Hand gefangen. Mit deiner puren Hand. Ja, wow! Also, das macht sich gut, ey. Oh, yes. Oh, da oben ist schon einer. Ne Pfarrer. Die getroffen. Oh, da steht ein... Move out! Oh, da steht ein... Oh, da steht ein... Oh, da steht ein... Oh, da steht ein... Move out! Ne, weg! Hui! Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, man needs some healing. Gucken, wo der Töbel steht bei denen. Oh, ich will auch... Oh, ich will auch... Da oben ein Junkhead stehen. Hui! Ich hab Sister getötet. Ah, fuck. Mann. Wir haben einen Torbjörn. Hatten wir ihn nicht. Nö, hatten wir ihn nicht. Und Gileber. Da? Da sind Turrets. Ich muss leider hier. Oh, voll reingelaufen. Ich bin Nudel, ey. Der Nudel. Der Nudeljudel. Nudelnudel. Ich bin der Nudel. Ey. Durchgeschafft. Ich hab den Reinhard gekillt, alter. In 1v1. How is this even possible? Is this possible? Everything is possible. Everything is possible. We gotta be a teleporter around here. Metra is böse, oder? Oh, jetzt sind die alle hinter mir hinterher. In der Loire. Kann es sein, dass Metra böse ist in der Loire? Oh, Fahrer. Oh Gott. Hm, sind jetzt alle hier bei mir hinten? Ahahaha. Eh, rufu! Lulululululululululululululululu. Ey, klar, das ist hier. Mach, 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 mach! Mein Molt hat nichts getroffen. Weit luck. No, scheiße! Das ist noch so! umgebracht. Dieser scheiß Ass Treadman. Ich bin so weit nach hinten gelaufen. Gott, das ist peinlich. Oh, das hat niemand gesehen. Äh, ähm, äh. Das war, hallo Aufnahme. Das bereite ich. Das sieht niemand. Ach, da ist der Teleporter. Okay, gut, ja. Hello. Come above. Oh nein, ich will die Teleporter dann. Yeah, Teleporter da, ungefallen. Wie krass. Never surrender. Oh. Fire in the hole. In the hole, ja, ja. Ich hab's wehgetan. Ehh, Leon? Scheiße. Denn Reinhard hab ich gar nicht gemerkt, dass er hinter mir war. Ja, bei mir auch Reinhard. Ich so, hm. Ich muss wieder zurück. Sie brauchen mich. Jetzt renne ich eigentlich mal Api hinterher. Ich versteh's nicht. Vielleicht mag's schon mich. Pff, nä. Ja, rein, lass with me. Oh. Nee. I knew it from the beginning. Mmh, total. Oh. Oh, sexy. Oh, regad, ja. Ich hab dich tot kaputt gemacht. Nein, daneben, daneben, daneben! Reinhardt, Reinhardt! Ey, läuft! Rot, rot, weiße Rot. Ich bin gleich auf den Feil, ja. Ich bin tot, ich bin tot. Dein Haul auch auf den Feier. Ernsthaft? Ich glaube, der Reaper ist das Sau-Scheiße. Der schwarze, der Pinke, bitte, der Pinke, äh, nicht der Pinke, der Lila, der ist bestimmt. Bin nicht mehr Reaper. Achso, stimmt, äh, dann. Der Weiß ist super toll, ja. Machen wir was, ich lenke die ab. Ich versuch von Lush durchzukleben. Nein, scheiße! Ich hab nicht davor geklebt. War ich so low-ver, wegen Farah. Wir haben hier einen BGS-Töten bestimmt stehen, oder? Ja, wir haben einen BGS-Töten diesmal nicht. Halt doch mal! Ah, fuck! Ich will denen den Teleporter da auch machen. Wie geht der denn? Das weiß ich. Die hat ne Torbjöl. Das brauchen wir nicht. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht gebraucht. LOL! Ja, der ist voll schlecht! Play of the game! LOL! Weißt du, wie weit die... Ah, der hätte ich ja Arbeit machen lassen lassen. Ach so, ja, stimmt. Ach nee, der hat's selbst gekehlt. Ah, du willst dich verarschen! Oh mein Gott, ist das behindert. Ah, dieser Russe da. Oh, Howdy. Howdy. Was war das gerade, der Mann? Ich hab einen umgebracht. Einen. Ich auch. Ich auch! Ich hab Gold mit 6 Sekunden Objective Time. Ich hab Bronze mit 4 Sekunden. Das ist ja schmaler. Das ist ja schmaler.